Hallo Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es um das Thema Lebenssinn gehen, um das Thema Berufung im Leben finden. Es gibt eine japanische Formel des Glücks, die nennt sich Ikigai. Ikigai bedeutet übersetzt einfach Lebenssinn. Und über diese Methode könnt ihr eben euer Lebenssinn für euch finden. Es kann sein, dass einige von euch gerade einen Schulabschluss gemacht haben oder mit der Uni abgeschlossen haben oder egal in welcher Lebenssituation ihr euch gerade befindet, es kann immer wieder sein, dass man irgendwann auf diesen Punkt trifft und man sich fragt, was will ich eigentlich vom Leben? Und diese Methode, die Ikigai-Methode, die kann einen da unterstützen, sich klarer zu machen, was man eigentlich vom Leben will und was man selber der Welt zu bieten hat. Ich glaube ja, dass jeder Mensch mit einem Talent oder einem Geschenk geboren wird, dass jeder von Geburt aus etwas von Natur aus gut kann. Egal, ob es jetzt was Großes ist, wie, keine Ahnung, ein Talent wie Singen oder ob es etwas Kleineres ist, wie jetzt beispielsweise mit Menschen gut kommunizieren können, Menschen verstehen können, empathisch sein, gut mit Tieren umgehen können oder sowas wie Haare schneiden. Also jeder trägt in sich ein Geschenk von Geburt aus und im Laufe der Jahre tut sich dieses Geschenk immer mehr herauskristallisieren. Man erkennt immer mehr, worin man gut ist und was man gut kann. Ich finde, es ist auch wichtig zu erwähnen, das, was du am besten kannst, ist das, was dir am leichtesten fällt. Das, was du ohne zu viel Mühe zu investieren, von Natur aus leicht machen kannst. Was dir sehr leicht fällt, was dir Spaß macht, was dich glücklich macht. Und es kann alles Mögliche sein. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns so etwas in sich trägt. Bei manchen Menschen ist es so, sie sind so in diesem System drin, dass sie zur Schule gehen und später eine Ausbildung machen oder ein Studium. Und dann arbeiten sie irgendwo jahrelang und fragen sich nie wirklich, ob sie genau das machen, was sie machen wollen oder was sie sogar machen sollten auf dieser Welt. Und irgendwann nach 20 Jahren oder 30 Jahren oder sogar kurz vor dem Tod fällt ihnen auf, dass sie gar nicht das gemacht haben, wonach ihr Herz oder ihre Seele sich sehnt. Und das kann einen auch psychisch belasten, wenn man irgendwann merkt, dass man gar nicht im Einklang ist mit dem, was deine Bestimmung ist. Es ist sehr wichtig, dass man erkennt, dass jeder einzelne Mensch auf der Welt eine bestimmte Aufgabe hat. Und egal wie groß oder wie klein es sein mag, alles, was du tust, wird irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Welt prägen, wenn du schon lange weg bist. Und es ist deswegen wichtig, dass man sich klar macht, was ist meine Aufgabe hier. Und das gibt dem Leben eben einen Sinn und man weiß dann, warum man jeden Morgen aufsteht. Diese japanische Glücksformel, die Ikigai-Glücksformel, hilft einem eben dann dabei, diese Berufung oder diesen Lebenssinn zu finden. Die Glücksformel ist eigentlich ganz einfach, die kann man sich ausdrucken und danach einfach befüllen. Die besteht aus vier Teilen erstmal. Nummer eins ist, was kann ich gut? Das sind einfach diese Talente, die ich vorhin erwähnt habe, die man von Natur aus gut kann. Das kann alles Mögliche sein. Ich bin mir sicher, jedem fällt was ein, was er gut kann, ohne sich dafür Mühe zu machen. Nummer zwei beinhaltet das, was du gerne tust. Was machst du gerne? Es muss nicht irgendwas sein, was du unbedingt gut können musst, aber einfach, was sind deine Hobbys? Was macht dich glücklich? In welcher Situation fühlst du dich am besten? Der dritte Part dieser Glücksformel ist, was die Welt braucht. Also was braucht die Welt von dir mit diesen Eigenschaften, die du dir aufgeschrieben hast? Was davon könnte die Welt brauchen? Was kannst du machen, um die Welt zu verbessern mit den Mitteln und Eigenschaften, die du eh schon in dir hast? Und der vierte und letzte Kreis sozusagen ist, wofür kann ich bezahlt werden? Also du hast ja dann dir notiert, was du alles gut kannst, was du liebst und was die Welt brauchst. Und jetzt kannst du sehen, was kann ich denn mit diesen Eigenschaften machen, um diese Eigenschaften zu Geld zu machen? Das können selbstständige Tätigkeiten sein, das kann im Berufsleben sein, ganz normal als Angestellter. Aber schreib dir einfach auf, was dir da einfällt. Und so machst du das eben mit jedem Feld. Du befüllst diese Felder mit allen möglichen Dingen, die dir einfallen. Egal ob groß oder klein, dir wird bestimmt viel einfallen. Und dann hast du einfach mal vor Augen, was du alles schon kannst und was du wirklich davon zu Geld machen kannst auch. Wenn du dann nämlich diese vier Aspekte vor dir hast, dann ergibt sozusagen die Mitte davon, das was alles verbindet, wo das aufeinandertrifft, was du gut kannst, was du gerne machst, was die Welt braucht und für was du bezahlt werden kannst, dein Ikigai, also dein Lebenssinn. Und selbst wenn du im Endeffekt durch diese Methode nicht deinen Traumberuf findest oder nicht sofort deinen Traumberuf findest, hilft dir diese Methode trotzdem irgendwie, dich selber besser kennenzulernen und dir vor Augen zu halten, was dir wichtig ist. Und laut den Japanern hilft diese Methode einfach, eine Art innere Zufriedenheit zu erlangen. Jetzt kann es natürlich auch immer sein, dass sich über die Jahre hinweg dein Ikigai verändert. Die einzige Konstante im Leben ist ja Veränderung. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt die nächsten fünf Jahre genau das machen willst und auf einmal merkst du, du kannst die Welt doch mit anderen Sachen verbessern oder du kannst mit anderen Sachen Geld machen. Also dieser Lebenssinn oder diese Berufung kann sich immer ändern und dir und sich deiner Lebenssituation oder deiner derzeitigen Persönlichkeit anpassen. Sobald man dann nämlich weiß, was man machen kann, kann man anfangen, erste Schritte in diese Richtung zu wagen. Und es muss jetzt nicht direkt so etwas Größeres sein, wie direkt in so einen Job einsteigen, aber man kann Kurse belegen. Es gibt online ganz viele Kurse zu den verschiedensten Sachen. Man kann sich informieren, man kann ein Praktikum machen. Es gibt wirklich unendliche Möglichkeiten, um einfach mal ein bisschen auszutesten, wie fühlt sich das an für mich, ist das das Richtige, blühe ich hier auf oder sehe ich mich hier in der Zukunft. Und wenn man später merkt, dass man bestimmte Erfahrungen gesammelt hat und diese später im Leben gar nicht so richtig auftauchen, ist das auch nicht schlimm, weil jede Erfahrung ist Gold wert. Also selbst wenn du beispielsweise mit Fotografie angefangen hast und später gar nichts mehr mit Fotografie zu tun hast, ist dir trotzdem irgendwie was davon geblieben. Also irgendwie benutzt du immer Sachen der Vergangenheit, die du dir früher angeeignet hast in der Zukunft, egal ob es jetzt wirklich in der Form ist oder ob du nur kleine Sachen rauspickst und weiterhin verwendest. Bei mir war das so, ich habe irgendwann entdeckt, dass im Großen und Ganzen kurz gefasst, ich es mir zur Berufung machen will, anderen Menschen zu helfen. Das macht mich glücklich, wenn ich weiß, dass ich jemandem helfen konnte, egal ob es mit einem Ratschlag war oder mit etwas Großem, wie wenn ich über Tutorials euch irgendetwas beibringe und dass ich meine eigene Persönlichkeit immer mit einfließen lasse in das, was ich tue. Also ich gehe irgendwie unter, wenn ich etwas zu lange mache, wo ich meine eigene Persönlichkeit und Kreativität nicht mit einfließen lassen kann. Ich merke dann nach einer Zeit, dass mich das unglücklich macht. Wenn ich aber mich selber zeigen kann und zeigen kann, wer ich bin, egal was ich tue, dann macht mich das längerfristig glücklich. Somit kannst du dann mit dieser Ikigai-Methode auch rausfinden, was dir am wichtigsten ist im Leben, in deinem Beruf oder was auch immer, was dir am Herzen liegt und was du der Welt geben kannst. Zum Thema Ikigai, zu der japanischen Glücksformel, gibt es auch mittlerweile ganz viele Bücher. Also wenn euch das interessiert, kann ich euch unten mal ein paar Bücher verlinken. Dann könnt ihr euch da selber noch mehr informieren. Ansonsten war es das für heute mit dem Thema. Ich danke euch von Herzen, dass ihr das Video zu Ende geschaut habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert und dem Video einen Daumen hoch hinterlasst. Lasst mich doch auch gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr euch schon mal mit dieser Ikigai-Methode auseinandergesetzt habt oder was euch wichtig im Leben ist, wenn ihr das teilen wollt. Dann schreibt das einfach mal in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen zu hören, was ihr dazu zu sagen habt oder was eure Berufung ist auf dieser Welt. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.